Hallo Basti Zöller hier mit einem Unboxing Video. Hier drin sind zwei S.H. Monster Arts Figuren. Einer davon ist einer der S.H. Monster Arts Figuren, die ich schon immer hinterher bin. Machen wir es mal auf. Oh Gott, dass er auf geht... Ach so ist das... Oh, das ist geil. Einmal. Oh, das ist größer. Zweimal. So, was haben wir hier? Also... S.H. Monster Arts Space Godzilla. Das ist so geil. Von allen Feinden von Godzilla ist Space Godzilla mein absoluter Lieblingsgegner. Und endlich als S.H. Monster Arts. Das ist geil. Und... S.H. Monster Arts Batman. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll. 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 Mal. Bop Das ist ein erstes Gezug gelegt, ne. Ist das geil. Das ist meine aber aus der Batra. Vorsichtig mit dem Teil. Eins ist ab. Geht schwierig wieder dran. Ich mach das Bein später dran. Hier ist das Smart Batra. Wundervoll. Die Schlörter zu Beiden. Wir können die Unterbanken-Review machen. Das Bein war gleich wieder dran. Packen wir jetzt mal das Base kurz nachher aus. Wundervoll. Hier ist das bei der Rückseite. Wundervoll. Hier ist das bei der Rückseite. Wundervoll. So ist das. Da ist der. Wundervoll! Wir haben das bei dem Corona-Riemen-Motor, wie es heißt. Das ist wie es wird sogar das Strahlen-Effekt. Und der sieht schon was von vorne aus. So, was haben wir hier? Die Kristalle von Space Godzilla, die aus dem Boden kommen, wenn er sein Energiefeld aufbaut. Und jetzt aber von Space Godzilla selber. Ist der geil. So, mein Lieblingsgegner von Godzilla. Ich liebe diese Schulterkristalle. Der Schmerz ist schon mal abgefallen. Das ist bei mir gefallen. Schnell mal das. Na, was ist hier los? So. Ist das geil. Die Kristalle. Die Augen sehen auch super aus. Wundervoll. Wundervoll. So. So.